Zuerst war diese Katastrophe allen egal. Auf jeden Fall wird die Erde in 100 und das Sonnensystem in 300 Jahren nicht mehr existieren. Dann ist Schluss. Und die Sonne wird nicht auf uns wagen. Lauf! Mein Sohn ist da unten. Ich muss es tun. Vier, drei, zwei, eins, Zündung. Die Stunde vor Sondenaufgang ist immer die dunkelste. Wenn es dann so weit ist, wird wieder ein blauer Himmel über uns erstrahlen. Der Himmel steht in Klamm. Es sieht aus, als würde er brennen. An alle Einheiten. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020